Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Ja, jetzt ist der 25. Oktober und Minecraft 142 ist heute rausgekommen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und ja, das muss ich einfach machen und... Ja, was ist denn hier so? Wir sind hier im Nether. Wieso? So, ja, ihr Faktus fragt euch bestimmt nämlich jetzt und der Grund dafür ist, dass wir eine Festung gesucht haben und auch eine gefunden, aber die Aufnahme leider im Arsch war, weil, ja, ich wollte einfach nicht mehr. Und wir hatten auf Peaceful, dann mach ich das gleich mal wieder, weil wir haben gar nicht mehr nach Hause gefunden und ich weiß auch gar nicht jetzt, wo unser Zuhause war, weil die Aufnahme verloren gegangen ist. Äh, und da sieht man jetzt schon, es gibt schon eine Neuerung, da steht jetzt West und so. Das, ja, gehört auch zu den Neuerungen. Und irgendwo waren wir dann, minus 300, minus 100, keine Ahnung. Irgendwo war unser Portal. Auf der Höhe. Und das suchen wir jetzt schon halt die ganze Zeit hoch. Ich kann ja gerade mal die Sichtweite auch vorstellen und hofft, dass es dann jetzt mal läuft mit dem neuesten Update. Und da ich weiß jetzt auch absolut nicht, wo unser Portal steht. Weil, ja, das war irgendwie seltsam, dass wir das dann nicht mehr gefunden haben und so. Dabei war das doch irgendwo. Da hier in der Nähe. Und da waren wir gerade dabei, das zu suchen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch in der Folge gemacht habe. Ziemlich viel. So, anderthalb Stunden. Ein bisschen mehr. Und ja, wegen der 1, 4, 2 spiele ich jetzt auch in dem Default-Texture-Pack. Und es lag natürlich wieder. Wie es ja im Endeffekt nicht anders zu erwarten ist. Und ich bin wieder erschrocken, weil ich nichts mehr davon habe. Da hinten war irgendwo die Festung und so. Irgendwo steht unser Portal. Ja, bloß wo? Das ist die Frage. Und wenn wir hier nicht rauskommen, das wäre auch ein bisschen blöd. Ich frage mich jetzt gerade, wie wir hier runterkommen sollen. Ich brauche mich jetzt einfach mal da rüber. Ja, Festung haben wir gefunden. Wir haben einen Lohnstab. Der genügt ja noch nicht für alles. Aber ja. Netherwarzen haben wir noch. Vielleicht zwei Festungen haben wir sogar gefunden. Leider war die Aufnahme da nach dem Arsch. Ich habe mich nicht darüber geärgert, weil die wäre gut geworden. Ich habe sogar den Ton extra mal aufgenommen zum Testen. Aber ja, jetzt ist er halt weg. Ist auch schon wieder eine Zeit her. Und jetzt gehen wir einfach neu an hier. In einer neuen Version. Und hoffen, dass wir irgendwie zurückkommen. Zack und zack. Dann ist hier ja schon was. Und dann markiere ich es natürlich wieder mit Kogbel. So. Ich hoffe, dass wir jetzt dann endlich mal irgendwas finden, was einem Portal ähnelt. Gerade mal ein bisschen weiter raus. Und jetzt. Aber eigentlich ist es ja ziemlich leicht zu erkennen, weil wir da was gebaut haben. Nämlich einen kleinen Koppelweg sozusagen. Und das müsste man schon erkennen. Aber wir sind jetzt hier direkt irgendwo. Hier müsste das sein. Da ging dann so ein Riss runter. Das könnte ja hier sein. Aber da ist es ja nicht gewesen. Da haben wir schon geschaut. Na, hier geht es aber auch runter. Ich kann ja gerade mal nochmal da hinten schauen. Wir werden jetzt wieder ein bisschen Pilze mitnehmen. Hat sie ja genug. Da können wir mal eine Zeit lang Pilzsuppen nur futtern. Weil irgendwo war die Stelle. Da ging es runter. So wie so ein kleiner Riss. Und da. Weil wir sind etwas weiter oben gespawnt. Und da geht es schon ganz schön tief. Ich traue mich da gar nicht hier. Wenn wir jetzt verrecken, dann ist alles eigentlich umsonst gewesen. Jetzt habe ich keinen. Ach doch. Habe ich doch noch. Ach komm jetzt. Zack. Und. Ich weiß, dass wir ziemlich in der Nähe sind. Wir müssen in der Nähe sein. Weil, ja. Die Koordinaten, die wusste ich damals noch. Ach, ich hätte sie mir aufschreiben sollen. Dann noch. Habe ich nicht mehr gemacht irgendwie. Irgendwo kamen wir dann raus. Ich kann mir die Aufnahme nicht mehr mehr anschauen. Das ist nämlich jetzt wirklich kacke. Weil, ja. Eigentlich müsste ich jetzt gucken, wie ich mit anderen Mitteln hier rauskomme. Weil ich kann ja überhaupt nichts dafür, dass die Aufnahme verloren gegangen ist. Weil Minecraft ist einfach abgekackt. Musik mache ich gerade mal noch etwas leiser. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn wir ihn irgendwie wieder zurückfinden würden. So, durch rein Zufall. So, das gibt es hier auch. Ich habe natürlich wieder keine Themen vorbereitet. Ähm, hier wollen wir lieber nicht langen. Musik. 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 Ja, ich weiß jetzt absolut nicht, wo das war. Ja, ich weiß jetzt absolut nicht, wo, äh, wo das war. Sie sind eigentlich schon zu weit da. Da hinten würde es natürlich passen. Aber da ist halt leider auch nichts. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das aussah und so. Weil es schon eine Zeit lang her ist. Das finde ich jetzt natürlich ziemlich scheiße, dass, ja, dass wir jetzt hier in der Hölle rumhängen und nicht noch nach Hause können. Was wir natürlich machen könnten, wäre aber mit den vielen Leveln ziemlich schade. Ist uns einfach umbringen. Und ich sage einfach, eine Kiste... Na, komm. Das ist ja nicht der Ernst. Jetzt haben wir nicht mal genug für eine Kiste. Ach. Töne ich schlecht. Also wenn wir jetzt nicht bald irgendwie zurückfinden, dann muss ich halt... Ja, dann erkläre ich euch, wie ich dann irgendwie versuche, weiterzukommen. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Oh. Jetzt wären hier keine Pilze mehr. Hier sieht es natürlich schon besser aus. Aber hier ist auch nichts. Kein bisschen. Okay. Finde ich schlecht. Ja, da hinten war ich. Es war bei minus 300. Da bin ich mir 100 pro sicher. Minus 100. Minus 300. Ja, in der Richtung noch. Na, danke. Ist die auch kaputt? Einfach mal runterspringen. Jetzt haben wir auch die neuen Sounds. Klingt das gleich mal anders, hier. Minus 300. Hm. Ist jetzt natürlich rätselhaft. Weil ihr wisst ja gar nichts, was passiert ist. Und ich stecke jetzt hier einfach so mittendrin mal, taue ich einfach im Nether auf, in der Aufnahme. Und ihr wisst nicht mal, was passiert ist. Finde ich natürlich wirklich blöd jetzt. Das hat es jetzt nicht gebraucht. Ja, das hätte nicht sein müssen. Da unten haben wir auch schon irgendwie. Wisst ihr was? Ich fuhre jetzt irgendwann runter. Kann nicht sterben. Das wäre unpraktisch. Da hinten, da sieht es doch mal noch was aus. Wart mal. Da ist doch was. Oder? Ne, das ist es nicht. Das ist unser. Unser Gebilde. Da unten, da finde ich es auch noch interessant. Da könnte man natürlich auch hergekommen sein. Genau, weiß ich es überhaupt nicht. Könnte nämlich überall hergekommen sein, hier. Ui, da geht es aber tief runter. Sieht natürlich ganz falsch hier auch. Mit Koordinaten. Minus 300, minus 100. Das wäre dann hier irgendwo gewesen, da drüben. Ich kann mich ja natürlich hier nochmal hochbauen. Beziehungsweise hochgehen. Na, prima, da gibt es schon einen halben Weg nach oben. Hier nochmal ein bisschen rumrasen und schauen, ob... Boah. Ob hier nicht doch irgendwie noch Zeichen von uns sind. Koordinaten weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich kann natürlich die Audiospur nochmal... Aber ne, die habe ich auch gelöscht. Tut mir leid, die habe ich glaube auch gelöscht. War vielleicht ein Fehler, aber... Ja. Ist halt jetzt so... Hier hinten... Kommt mir jetzt sowas, kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Klar kommt einem alles bekannt vor. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Also, wir haben hier... Also, wir haben hier... Sechs Holz. Aber nicht genug für eine Kiste. Dann haben wir hier... Jetzt muss ich mal überlegen. Dann haben wir hier... Jetzt muss ich mal nachdenken. Ja, warte mal dann. Sagen wir einfach... Hier. Eisen. Und Eisen ist ja mehr wert als Holz. Und eigentlich dürfte ich ja jetzt theoretisch cheaten, weil ich ja gar nichts dafür kann. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Game-Mode an. Und da habe ich natürlich keine Zukunft drauf. Aber... Ja, wir können natürlich noch einen letzten Versuch wagen. Bevor ich dann eben... Ja, anders machen muss. Ich will nicht cheaten, aber... Anders werden wir hier wahrscheinlich gar nicht rauskommen. Und da wollt ihr das sicherlich auch nicht, dass wir jetzt hier... Dann irgendwann in 100 Folgen mal... Ein Stück weiter sind. Ich kann sie ja nicht noch so lang kragen, wie ich will. Wird auch nichts mehr kommen. Egal. Dann gehen wir jetzt einfach hier wieder raus. Und dann, ja, machen wir das halt...